Ich weiß von einem Krieg, der bevorsteht. Die Mission für einen vergessenen König. Nur ein Untoter kann Helheim betreten und nach Midgard zurückkehren. Ich bin nicht hier wegen der Krone. Stattdessen wurde mir von den Göttern ein hoffnungsloser Kampf aufgetragen. Gegen wie? Gegen den Gott Thor. Das Duell mit dem Gott des Donners. Die Schlacht um das mittlere Königreich. VIKINGDOM 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 VIKINGDOM